Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast Einfach anders führen und denken. Der Jessica Lackner Podcast, der mit dir gemeinsam den Leadership-Markt revolutionieren möchte für einen völlig neuen Spirit in Business. Und ich freue mich wieder riesig heute, dass du mit dabei bist und meinen Podcast hörst und auch weiterempfiehlst, wie jede Woche, jeden Mittwoch, eine neue Folge. Ich feiere es momentan richtig. Ich freue mich jedes Mal wieder, eine neue Folge aufzunehmen und ich könnte momentan jeden Tag live kommen. Und es wird sich auch bald nochmal was verändern. Da werde ich dann jetzt am Ende nochmal was zu sagen, weil es gibt eine klitzekleine Neuigkeit für dich, ja, was für dich einfach richtig, richtig cool ist, wo du mir Fragen stellen kannst. Aber das mache ich zum Ende des Podcasts. Deswegen hör unbedingt diese Folge bis zum Schluss. Und in dieser Folge hier heute geht es um die Medizin gegen den Machkräftemangel. Und diesen Titel habe ich mir jetzt persönlich nicht ausgedacht. Diesen Titel, den gibt es tatsächlich schon seit 2021. Denn in dieser Brot-Pro-Zeitschrift, in diesem Brot-Pro-Magazin, bin ich mit einem großen Interview drin von April 2021. Ich habe aber dieses Interview bis vor ungefähr zwei Wochen, als ich in Berlin war, nicht gelesen. Und die liebe Gesa-Lüken, mit der ich mich in Berlin getroffen hatte, die hat mir das Magazin gegeben, denn darüber hat sie mich nämlich 2021 kennengelernt, mein Buch direkt gekauft, gelesen und mir auch ein Feedback gegeben zu meinem Buch. Ein positives Feedback eher an der Stelle, weil sie sich total drin wiedergefunden hat. Und so sind wir zusammengekommen. Und ich finde es momentan so spannend, welche Menschen gerade auf mich zukommen, weil sie von mir irgendwo mal was gelesen oder gehört haben. Und ich will heute mit dir ein paar Dinge teilen aus diesem Artikel, denn es gibt ihn leider nicht online. Ich zeige es dir mal kurz in die Kamera. Es sind insgesamt vier Seiten, sogar mehr. Sechs Seiten, denn am Ende geht es auch um mein Buch. Es geht um die Generation Z. Es geht um Quereinsteiger, Stärken fördern. Und ich möchte heute noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Denn die Medizin gegen den Machtkräftemangel, was wir jetzt ja sehr stark hören, immer das Thema Fachkräftemangel. Ich versuche jetzt das hier mal so vor mich hier hinzulegen, damit ich da ein bisschen näher drauf eingehen kann. Und ich finde es so witzig und spannend, weil der Daniel Fitzke vom Gabal Verlag, lieber Daniel, liebe Grüße an der Stelle, falls du meinen Podcast hörst, der war übrigens hier auch schon mal in meinem Podcast als Gast. Schau mal nach, Daniel Fitzke. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Folge. Der hat nämlich das wundervolle Interview mit mir hier gemacht und hat über die Beatrice Schmidt gesprochen, von der Bäckerei Naumann und über mich. Und das Coole ist, dass die Beatrice und ich ähnlich ticken. Und ich werde jetzt hier, wo ich das so gerade vor mir habe, die Beatrice mal kontaktieren, damit ich mit ihr mal gemeinsam eine neue Folge aufnehmen kann. Denn die Medizin gegen den Machtkräftemangel. Und nochmal, der Fachkräftemangel ist auf der einen Seite hausgemacht, weil die Probleme hausgemacht sind. Und die Frage dahinter ist immer, warum wollen die Menschen bei dir nicht mehr arbeiten? Und ich erlebe leider, 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 vielleicht geht es dir ähnlich, so viele Betriebe, auch in der Hotellerie, in der Gastronomie, die eigentlich einen großen Namen haben, wo die Mitarbeiter gehen, weil sie keine Lust mehr haben, dort zu arbeiten. Und warum? Weil die Führung einfach keinen Spirit mehr hat, keine Werte lebt und keine Vision auch nach außen trägt oder überhaupt intim vorlebt. Und die Menschen haben darauf keine Lust mehr. Die Menschen haben keine Lust mehr, abgestellt zu werden. Die haben keine Lust mehr, Lückenbüßer zu sein. Die haben keine Lust mehr, ein Fußabtreter zu sein. Die Menschen wollen gesehen werden. Menschen wollen anerkannt werden. Menschen möchten dazugehören. Menschen möchten ihre Ideen mit einbringen. Sie wollen natürlich auch ihren Freiraum haben. Und da dürfen Führungskräfte umdenken. Es ist zehn nach zwölf Leute. Jetzt heißt es umdenken, wenn es deinen Betrieb noch länger geben soll. Denn die Silberrücken, die werden jetzt irgendwann in Rente gehen. Und wer rückt dann natürlich nach? Die Generation Z. Und die lassen sich das nicht mehr gefallen. Die machen das nicht mehr mit. Und wer jetzt hier nicht umdenkt und mit der Zeit geht, der geht einfach mit der Zeit. Und ich sage das heute einfach mal ein bisschen direkter, weil es einfach so ist. Und ich sehr viele Betriebe gerade sehe, die schließen, weil sie keine Mitarbeiter haben. Ich sehe aber auch sehr viele Betriebe, wo es super funktioniert und die Mitarbeitenden dahin abwandern. Weil sie keine Lust mehr haben auf dieses ego-getriebene Machtgehabe von Führungskräften, die glauben, sie sind die Tollsten auf Erden und müssen das auch noch raushängen lassen. Und die Menschen, die wirklich was bewegen wollen, die was machen wollen, die werden nicht gelassen. Oder sie werden alleine gelassen. Deswegen haben wir einen Machtkräftemangel, weil wir brauchen Führungskräfte in den Betrieben, die aus den Menschen was machen, die auch etwas machen, mit den Menschen gemeinsam etwas machen und es einfach anders machen. Ich liebe ja diese Wortspiele hier mittlerweile. Das brauchen wir jetzt in den Betrieben. Deswegen, liebe Führungskräfte, arbeitet an den Führungskompetenzen. Fangt an, umzudenken. Jetzt mit der Zeit gehen. Nicht das, was vor vielen, vielen Jahren mal gepredigt wurde, jetzt erst umsetzen. Jetzt mit der Zeit gehen. Auch wenn ihr skeptisch seid, wenn ihr anfangt zu zweifeln, ja, ich weiß nicht, wir warten. Nein, wir warten jetzt nicht. Ihr macht das jetzt einfach oder ihr geht einfach mit der Zeit. Und dann höre ich immer wieder, ja, wir haben ja keine Zeit und wann soll ich das denn alles machen? Ich habe ja so viel Druck von oben und ich kann mich nicht um Quereinsteiger kümmern, komme ich jetzt hier auch gleich nochmal dazu. Du kannst. Es ist eine Entscheidung und es ist deine Entscheidung als Führungskraft, zu sagen, ich schaue jetzt zu oder ich entscheide mich, nochmal einen anderen Weg zu gehen, einen neuen Weg auszuprobieren, in die Umsetzung zu gehen, mit den Menschen, die ich habe, die wirklich zu binden, zu Fans zu machen, Markenbotschafter zu kreieren oder du sagst dir irgendwann, ich habe es nicht mal probiert. Aber es ist immerhin nochmal besser zu sagen, ich habe es wenigstens versucht. Aber aus einem Laden zu gehen, der geschlossen hat jetzt, und du dir dann sagst irgendwann, ich habe es nicht mal probiert. Diese Frage darfst du dir selber stellen, ob du das möchtest. Und eine Arbeitgebermarke zu schaffen, hörst du jetzt sicherlich auch nicht zum ersten Mal. Employer Branding gibt es ja schon seit so vielen Jahren. Jetzt wird es halt noch mehr ins Bewusstsein geholt, dass Employer Branding wichtig ist. Und der Name, den es mal gab und den es noch gibt, der aber früher mal so, wow, also wenn du da arbeitest, dann hast du in deinem Lebenslauf so richtig was gewonnen, ist heute nicht mehr unbedingt so. Ja, und die Betriebe, die einen guten Namen haben müssen, umdenken, wenn sie es nicht schon gemacht haben. Ja, es gibt viele, die umdenken schon, aber einige, die sich einfach auf ihrem guten Namen, der jetzt vielleicht nicht mehr so gut ist, ausruhen. Und dann gehen die Leute mit der Zeit. Wenn die merken, dass du einiges nicht lebst, sind die Menschen wieder weg. Und die Medizin dagegen, gegen den Fachkräftemangel, sind Machkräfte. Ja, wir brauchen Menschen in den Betrieben, die wiederum aus anderen Menschen jetzt etwas machen. Und ein Punkt, ja, Medizin ist Employer Branding. Ja, wie willst du nach außen wirken? Was sollen die Menschen erzählen? Was ist deine Brand? Ja, das darf ein bisschen trendy sein, es darf stylish sein, es darf fancy sein, wie man heute so schön sagt. Ja, die Leute wollen dieses Verstaubte nicht mehr. Du darfst mitgehen mit der Zeit und binde gerne da die Menschen mit ein, weil die, deine Teammitglieder haben richtig coole Ideen. Also schaff diese Arbeitgebermarke gemeinsam mit deinem Team. Punkt 2, vermittel Werte. Ja, lege großen Wert auf die Transparenz auch deiner Kommunikation und großen Wert auch auf die Potenziale deiner Mitarbeiter. Fragt euch gemeinsam, was sind denn wirklich auch unsere Werte? Haben wir ein gleiches Werteverständnis? Sprecht miteinander. Das muss ganz, ganz klar sein. Welche Werte wollen wir nach draußen tragen? Auch auf Social Media. Ich blätter jetzt hier mal um. Das Dritte ist ja die Wiedererkennbarkeit. Was ist dein Wiedererkennungswert? Gehört natürlich zum Branding mit rein. Aber womit sollen die Menschen dich denn in Verbindung bringen? weil was ich so oft höre ist Beispiel ein kleiner Betrieb sagt sich ja warum sollen denn die Menschen zu mir arbeiten kommen, wenn sie doch zu dem großen Namen bei der Konkurrenz gehen können. Wenn du schon so denkst, dann zweifelst du ja schon selber an deiner Arbeitgebermarke, dass das gut ist, was du machst. Auch wenn du vielleicht insgeheim weißt, du bist jetzt beispielsweise mal Friseur, weil ich die Geschichte vom Friseur so gerne erzähle. Beispielsweise weißt du, du bist einfach die Beste, die die Haare, am besten schneidet die die Haare, am besten färbt die einfach die Haare auch wirklich gut kennt. Du weißt es so sehr. Nur die Konkurrenz der großen Namen vermarktet sich halt einfach besser. Ob die Qualität immer besser ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Manchmal vermarkten die sich einfach besser. Und du denkst dir, ich bin eigentlich richtig gut, aber gegen die Großen habe ich ja gar keine Chance. Was totaler Blödsinn ist. Ja, und ich will dich einladen, jetzt umzudenken, nach draußen zu gehen und der ganzen Welt zu erzählen, dass du die Beste bist, dass alle bei dir arbeiten müssen, weil. Aber was ist dein Wiedererkennungswert dann dahinter? Womit sollen die Menschen dich in Verbindung bringen? Was bekommen sie immer nur bei dir? Und wenn du bestehen bleiben möchtest auf dem Markt, lade ich dich herzlich dazu ein, diese Fragen für dich mal zu beantworten. Setz dich hin, schreib sie auf, schicke sie mir gerne, ja, wenn dir danach ist, an info at jessica-lackner.com. Ich behandle das auch anonym. Und da können wir mal kurz in den Austausch gehen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Aber geh mal in die Umsetzung. Und glaub mir, manchmal hilft es schon, das einfach mal jemandem zu schicken, das Form von Loslassen. Du beschäftigst dich damit und lässt es aber gleichzeitig los und es geht in dein Unterbewusstsein rein und du handelst jeden Tag danach und das ist einfach mal entscheidend. Und der nächste Punkt vier ist schon der Punkt, alles beginnt an der Spitze. Das heißt, du als Unternehmer, Unternehmerin, darfst damit anfangen, dich damit auseinanderzusetzen und das Gleiche dann mit deinen Führungskräften zu machen. Denn ihr seid der Kopf, nicht du alleine als Unternehmer, deine Führungskräfte auch, aber die Führungskräfte können ja nur das weitergeben, was du denen gibst. Das heißt, welchen Wiedererkennungswert stellst du dir vor? Was ist deine Vision? Was sind deine Werte? Was ist deine Brand? Natürlich darfst du dann auch deine Führungskräfte mit einbeziehen und die fragen, was seht ihr denn ist unser Wiedererkennungswert? Was findest du denn sind unsere Werte? Welche Werte teilen wir gemeinsam, um die nach draußen zu bringen? Ganz, ganz wichtig. Und wenn du aber selber da nicht von innen brennst und selber nicht überzeugt bist von dem, was du tust, dann wird diese Sprühkerze sich auch nicht auf die anderen übertragen. Dann wirst du weiterhin ein kleines Teelicht sein, was so ganz, ganz bisschen leuchtet, so kurz vorm Ausgehen ist. Und die anderen, die einfach überzeugt sind von dem Marketing, von dem Branding, die schreien nach draußen wie ein Leuchtturm und die fallen halt auf am Markt. Ob die Qualität jetzt da immer super ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber der Spirit ist da und die Menschen wollen dorthin. Das ist einfach die Zukunft. Und wenn du das nochmal auf Social Media nach draus trägst, das ist ja, so schneller kannst du das ja gar nicht verbreiten. Also sehe das als Geschenk und sehe es als Chance, in die Umsetzung zu gehen. Und die einzige Veränderung, die immer funktioniert, bist du selber. Die einzige Veränderung, die immer funktioniert, bist du. Du selbst bist die Veränderung und es liegt in deiner Hand, etwas zu verändern, etwas zu ändern. Und es ist deine Entscheidung, aber mach es einfach. Das heißt, was ist dein Leitbild? Wie sollen die Menschen dein Unternehmen wahrnehmen? Und ich lese jetzt hier nicht alles ab aus diesem Artikel, weil ich weiß ja, was ich so ungefähr damals gesagt habe und ich brenne gerade da selber, weil ich mir denke, wow, das habe ich damals gesagt und es ist halt einfach mega. Das nächste ist Fans gewinnen. Ja, wie gewinnst du Fans anhand des Fanmodells? Ich habe es gerade erklärt und höre in die letzten Folgen noch mal rein, da habe ich sehr, sehr intensiv über das Fanmodell gesprochen. Es kommt jetzt auch die nächste Folge dann raus mit der Bianca Prommer, da gehe ich noch mal aufs Fanmodell ein. Stärke, fördere die Stärken deines Teams, ja, ist der nächste Punkt. Schau wirklich hin, auch bei der Generation Z und bei den Quereinsteigern, das sind jetzt hier schon die nächsten Punkte, ja, Stärken fördern ist der sechste Punkt, frag die Generation Z mal selber, ist der siebte Punkt und der achte Punkt ist, der Quereinstieg ist erwünscht. Das heißt, die Generation Z rückt ja jetzt nach, das heißt, das ist deine Zukunft. Du kannst dich drehen und wenden wie du willst, aber die sind die Zukunft, weil das sind die Menschen, die nachrücken. Frag die, was brauchen die. Fördere die Stärken von diesen Menschen und gerade die Generation Z sind Menschen, die als Quereinsteiger kommen, weil die einfach so flexibel sind, die haben so viele Interessen, die schauen sich ganz viele Dinge an, haben natürlich auch Erfahrung, die sie mitbringen, kennen aber nicht immer ihre Stärken, deswegen ist es deine Aufgabe, als Machtkraft, diese Stärken zu stärken und aus diesen Menschen etwas zu machen. Und das ist die Medizin gegen den Fachkräftemangel. Willst du konkret lernen, wie das Ganze funktioniert, dann komm in mein Seminar Phänomenal führen am 20. und 21. Januar in Salzburg, den Link findest du in den Shownotes, da machen wir zwei Tage nichts anderes, als deine Führungskompetenzen schleifen, dass du einen ganzen neuen Fokus hast, um die Menschen wirklich wie so ein Magnet anzuziehen und das funktioniert, probiere es dann einfach aus, wir gehen auf dein klares Leitbild, auf deine klare Vision, wir arbeiten an deiner ganz, ganz klaren Arbeitgeber- Marke, damit du wirklich Fans daraus gewinnen kannst. Und wenn dir das bis dahin alles zu lange dauert, dann bist du auch herzlich eingeladen, mein Buch dir zu bestellen, siehst du hier im Hintergrund, findest du in den Shownotes, ist auch ein super Weihnachtsgeschenk übrigens für Mitarbeitende, ja wir haben ja bald Weihnachten, so lange dauert es nicht mehr. Es ist einfach zu lesen, es ist eine Lektüre, mit der du jeden Tag arbeiten kannst, da steht alles, was ich gerade in Kurzform erzählt habe, ganz ausführlich drin. Und ich lade dich ein, wirklich einfach beides zu machen, du kannst auch meinen Podcast hier rauf und runter hören, aber Schritt eins, kauf dir wirklich mein Buch, lese rein, arbeite damit und komm im Januar zu diesem Seminar. Wenn du das nur für dich als deine Firma haben möchtest, geht natürlich auch, schreibst du mir einfach eine E-Mail an info at jessica minus lackner punkt komm und ich freue mich von Herzen, wenn du wirklich der Leuchtturm bist auf dem Arbeitsmarkt mit deinem Unternehmen, wo die Menschen dir die Tür einrennen, weil sie bei dir arbeiten wollen. Aber mach es, tu einfach etwas und fang an, jetzt, geh in die Umsetzung und jeden Tag ein Stückchen mehr zu verändern, denn das ist deine Zukunft und ich bin überzeugt, dass das, was du tust, goldrichtig ist. Ich bin überzeugt, dass du das, was du machst, richtig gut kannst. Und ich weiß auch, dass dein Konzept mega, mega gut ist. Wir dürfen nur ein paar Stellschrauben drehen und mal wieder in die Schleifmaschine gehen, damit du am Himmel glänzt und der hellste Stern im Universum bist. In diesem Sinne, ich freue mich, wie immer von dir zu hören. Hinterlass gerne einen Kommentar, ein Feedback, schreib es mir auch gerne persönlich und empfehle meinen Podcast weiter. Da freue ich mich noch mehr, wenn wir gemeinsam noch mehr Menschen erreichen. Abonnier dir diese Folge, hör sie dir nochmal an. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Bis bald, deine Jessie. Ach, und bevor ich es vergesse, jetzt wollte ich hier schon auf ausdrücken, aber das ist authentisch und einfach anders, denn es gibt jetzt auf LinkedIn, folge mir bitte unbedingt auf LinkedIn, wenn du kein Profil hast, dann ist es sehr schade, weil ich mache jetzt ein Machtkräfte-Talk, ein Audio-Talk, immer nach den Podcast-Folgen. Das heißt, du hörst mittwochs vielleicht kommt meine Folge raus, hörst sie dir an und darauf den folgenden Dienstag. Geh einfach mal auf LinkedIn und da wirst du dann von mir erfahren, wann genau dieser Talk ist. Es wird immer zu jeder Folge jetzt einen Audio-Talk geben. Das wollte ich dir noch sagen, ich verlinke es dir auch nochmal in den Show Notes und wünsche dir jetzt eine richtig coole Woche. Das ist nicht so, ich verlinke